Wir, wir, weh, 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 weh! Wir, wir, weh, 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 weh! Wir, weh, 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 weh! Ich möchte euch ganz herzliche Grüße bestellen von jemandem, der schon mal einen Talk gemacht hat. Das ist nämlich der liebe Thilo Götz. Ganz herzliche Grüße an dich, Thilo. Ich gebe das gerne an alle weiter. Wir führen das hier nach einer Idee von Lille Lehmann fort und möchten zukünftig in Abständen von circa drei Monaten aktuelle Themen aufgreifen, dazu Gäste einladen und uns hier treffen und darüber diskutieren und plaudern. Heute Abend werden wir uns erst mal mit der aktuellen Situation beschäftigen, bevor dann Legenden der Eintracht hier miteinander sprechen werden. Junge Wilde und Alte Wilde. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Ich möchte euch den Moderator des heutigen Abends vorstellen. Wenn du vielleicht mal zu mir kommen willst, Michael, Michael Kuhner, herzlich willkommen. Michael, wir freuen uns sehr, dass du gleich, nachdem wir auf dich zugekommen sind, gesagt hast, Ja, das möchte ich gerne machen. Michael Kuhner brauche ich wahrscheinlich eigentlich nicht weiter vorzustellen. Er ist Jahrgang 63. Oh, sorry, 73. Das tut mir leid. Und nein, er ist natürlich Jahrgang 73. Seitdem er zehn Jahre alt ist, ist er Eintracht-Fan. Daneben ist er aber auch von 2000 bis 2016 Sportchef bei Radio Okawelle gewesen. Er hat 2002 das Format Intim entworfen und sich ausgedacht. Das hat er auch sehr, sehr, sehr lange moderiert. Das gibt es heute noch alle zwei Wochen. Es lohnt sich sehr. Schaut da auch mal rein, beziehungsweise hört mal rein. Er hat lange Zeit auch das Fanradio gemacht, hat auch beim Blinden-Fanradio ausgeholfen und ist ein alter Fuchs. Nicht nur das, der kennt sich auch im Wald aus. Ich freue mich, dass du moderierst. Möchte jetzt auch euch alle nicht weiter auf die Folter spannen und möchte an dich übergeben, damit du deine Gäste vorstellen kannst. Viel Vergnügen und viel Erfolg. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Erstmal herzlich willkommen hier in der wahren Liebe und Erik für diese ultranette Begrüßung 1963. Erstmal vielen, vielen Dank schon mal. Und ja, wir haben es gehört, wir machen heute zwei Halbzeiten sozusagen. Erste Halbzeit, aktuelle Situation, die uns ja ganz, ganz viel Spaß macht. Die aktuelle Situation trotz der Niederlage gegen den SVB in Wiesbaden, die wir sicherlich auch thematisieren. Und dann im zweiten Teil werden wir dann thematisieren, ja, die Vergangenheit im Legenden-Talk. Und jetzt gibt es ganz großen Applaus hoffentlich für denjenigen, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt auf Platz 3 stehen, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es wieder Spaß macht, Eintracht zu sehen, unserem Trainer Michael Schiele. Herzlich willkommen. Ja, ansonsten, oh, das hört sich noch besser an, okay. Ich begrüße dich dann als Zweiten denjenigen, der diese Mannschaft zusammengestellt hat, zusammen mit unserer Legende Krupper seit dieser Saison oder vor dieser Saison zusammentätig, den Geschäftsführer Sport unserer Eintracht, Peter Vollmann. Herzlich willkommen. Ja, Publikumslieblinge haben wir ganz viele, werden wir nachher natürlich, ist euch bekannt, unseren Fitze hier auch begrüßen können. Aber die beiden, die sind jetzt schon Publikumslieblinge geworden, sind jetzt seit ein paar Monaten hier. Und da kommen wir zunächst zu demjenigen, dem Leitlöwen, nenne ich ihn. Leitwolf passt hier relativ schlecht. Und das wollen wir hier auch nicht äußern, dieses Wort. Der Leitlöwe, einer der Leitlöwen bei uns, ist er jetzt schon. Und da freuen wir uns, dass er hier ist. Robin Krause, herzlich willkommen. Und er reißt sich definitiv auch wie die ganze Mannschaft immer den Arsch auf und wurde dann im Endeffekt auch, als er ausgewechselt wurde, von Micha mit Sprechchören verabschiedet. Es macht immer wieder Spaß, auch ihn zu sehen auf dem Platz, wie er sich von Anfang bis Ende einsetzt für unsere Mannschaft. Und deswegen ist es auch toll, dass er heute hier, Brian Hanging, herzlich willkommen hat. Dann kommen wir uns jetzt. Ja, Micha, fangen wir hier erstmal an. Jetzt müssen wir leider werden, natürlich erhoffen, dass wir im Endeffekt jetzt über einen Sieg sprechen, über einen Erfolg gegen den SVVVV waren. Das hat am Ende leider nicht dazu gereicht. Aber das ist jetzt zwei Tage gerade, dieses Ergebnis in dem Spiel aufzuarbeiten. So im Nachhinein, woran macht die Spiele jetzt fest? In erster Linie sind wir alle sehr enttäuscht, dass wir natürlich den Punkt oder die drei Punkte und das Spiel nicht gehen. Nichts. Kein Trom. Besser jetzt? Geht's jetzt besser? Versteht ihr mich? Also liegt nicht nur an der Sprache. Ja, wir haben Zeit. Müssen wir hier was anderes machen? So, hallo? Hallo? Ja! Ja! Also in erster Linie sind wir enttäuscht gewesen, dass wir nicht an die drei Punkte anknüpfen können haben, aus den Vorspielen, oder geschweige denn, einen Punkt nur zu holen. Aber wäre dann auch mal okay gewesen, über 90 Minuten natürlich, wenn man so individuelle Fehler macht, wir wollen Fußball spielen, da haben wir individuelle Fehler gemacht, das hat der Gegner ja, auch bestraft. Trotzdem muss man sagen, über 90 Minuten hätten wir auch die Chancen noch gehabt, zum Ausgleich zu kommen, zum 3-2 womöglich noch zu kommen, wenn wir das 2-2 dann auch machen, weil das 2-1 ist in einer guten Phase gekommen, nach der Halbzeit, und dann hat es uns gefehlt, vielleicht dann, ja, das Tor auch zu treffen. Was man aber natürlich auch, ich möchte nicht rumjammern, aber wenn man so das Spiel dann auch analysiert, noch das, wie der Eckball entstanden ist, der Freistoß war schon keiner, dann war es noch so, dass der Spieler, der das Tor macht, dem abseits gestanden ist, womöglich noch der andere Spieler, den mit der Hand gespielt hat, Schiedsfried, der sagt zu mir noch, er hat das Handspiel gesehen, dann muss er auch abseits winken, und, ja, das ist natürlich schade, ich hoffe dann natürlich, wenn wir ehrlich weitermachen, so wie wir es bis jetzt, die ersten Spiele alles gezeigt haben, wie die Jungs ehrlich auf dem Platz dann auch arbeiten, dass sich das über die 38 Spieltage auch ausgleicht, und ich denke, wir haben noch viel Kredit auf dem Glückskonto drauf, weil da haben wir noch nicht viel gebraucht, und die Art und Weise war gut, das ist das, was wir auch in allen Spielen gezeigt haben, und was wir reinbekommen haben, und dann wird es von euch natürlich auch, von den Fans, von allen 9,5, die dann da waren, keine Unmutsäußerungen in der ersten Halbzeit, auch nach dem 0-2 Rückstand, mit einzelnen Pfiffen vielleicht, ist dann nicht gekommen, weil die Mannschaft braucht es dann auch, und ihr habt es ja selber gesehen, dass die Mannschaft das Positive dann auch immer wieder zurückgibt, und auch in der Zukunft zurückgeben wird, und wir dann auch die Punkte wieder, hoffentlich dann auch viele Dreier einfahren werden. Ja, ich sage mal, wenn das vielleicht immer nur ein Spieler wäre, dann kann man sagen, der ist an dem Spiel, oder in den 90 Minuten, das ist nicht so richtig im Spiel dann auch, da kann man auch mal reagieren, mal mit einem Wechsel, oder mit der taktischen Veränderung da, einhergehen, eingreifen, aber es waren dann doch 2, 3 Spieler, und wenn du halt nicht von, ja, von Beginn an musst du dich reinarbeiten, aber wenn auch die erste Halbzeit, deine 10, 11 Spieler, nicht alle ihre Leistungsfähigkeit abrufen, dann wird es schwer, wie man es dann, vielleicht wollte der ein oder andere zu viel dann auch, das ist ja auch ein positiver Grundgedanke, wenn man das mal so sieht, aber ich denke, das ist auch ein Reifeprozess, weil, ja, ich sage mal so, die Spielphilosophie ist schon, über Fußballspielen zu kommen, in der Vergangenheit war das weniger, und das ist auch ein Reifeprozess, das wir können, das wir auch dann gezeigt haben, wenn man mal jetzt von den Fehlern absieht, aber so passieren halt dann auch die Tore, dann war es kein so schlechtes Spiel, und die müssen wir einfach abstellen, und dann holen wir auch die Punkte. Robin, ich habe es gesagt, du bist von Anfang an hier voll integriert, im Endeffekt, das Mikrofon kommt hier rüber, bist der Leitlöwe, zusammen mit Yassi natürlich, unter anderem in dieser Mannschaft, das hat man auch sofort gesehen, die Identifikation war bei dir sofort da, dementsprechend, wie es bei der ganzen Mannschaft, bestimmt auch jetzt immer noch, extreme Enttäuschung in dir, aufgrund der Niederlage, oder? Ja, hallo auch erstmal von mir, ja, natürlich sind wir enttäuscht, weil wir, glaube ich, ich sage es immer wieder, ich habe es auch schon mal gesagt, ich glaube, und das meine ich auch ernst, dass wir uns nur selber schlagen können, das haben wir diesmal geschafft, weil ich glaube, Wiesbaden bei allem Respekt auch, ich glaube nicht, dass sie an dem Tag ein Tor geschossen hätten gegen uns, nichtsdestotrotz gibt es solche Spiele, der Trainer hat es auch angesprochen, wichtig ist, jetzt die lange Woche zu nutzen, das ein bisschen aufzuarbeiten, auch schnell abzuhaken, um dann nach Würzburg zu fahren und dort das wieder besser zu machen, weil das ist wichtig, dass wir einfach trotzdem jetzt wieder im Flow bleiben oder wieder reinkommen, weil das tut uns gut und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das genauso kommt. Es wurde dann ja auch in der zweiten Halbzeit besser, um einiges besser, woran machst du das fest, war es die Ansprache des Trainers oder was war der Grund aus deiner Sicht? Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so viele Fehler gemacht. Wir haben natürlich die Art und Weiß ein bisschen umgestellt, zwei Wechsel dann auch gehabt, glaube ich, zur Halbzeit schon und da kommt dann einiges zusammen, dann machst du direkt ein schnelles Tor, ich sage mal, wenn das vielleicht auch dauert, dann kann es wieder genauso laufen und deswegen, glaube ich, war da schon dann sehr, sehr viel Positives dabei, nichtsdestotrotz müssen wir dann trotzdem auch im letzten Drittel dann auch zwingender werden, das wissen wir auch und das ist klar, weil sonst hätten wir definitiv einen Punkt geholt. Ja, kommen wir zu Brian, gehen wir mal das Mikrofon gleich hier wieder rüber. Ja, Brian, du hattest in der ersten Halbzeit, du hast wieder ein geiles Spiel gemacht, ich glaube, das kann man sagen, das hat auch jeder so gesehen, nichtsdestotrotz, ein Pass ging dann auch mal daneben, da haben wir auch einen Herzinfarkt beinahe bekommen. Nichtsdestotrotz, was hast du während der ersten Halbzeit selber gedacht, was ist mit uns los? Ja, auch erstmal hallo. Ja, ich weiß auch nicht, was los war, also so kenne ich uns auch nicht, dass wir im Spielaufbau als auch im weiteren Spiel so eine Fehler haben. Ich natürlich mit inbegriffen, wie du schon gesagt hast, da nehme ich mich nicht raus. Ja, vielleicht haben wir zu viel drüber nachgedacht, dass wir an Magdeburg rankommen können, ranziehen können auf zwei Punkte und ich weiß nicht, was da noch für Faktoren mitgespielt haben und als es dann 2-0 stand, dann ging es natürlich, haben wir unser altes Gesicht wieder gezeigt, die zweite Halbzeit komplett. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, so wie wir gespielt haben, dass wir da auf jeden Fall noch einen Punkt holen. Die Fans haben uns auch nach vorne gepusht dann. Leider hat es nicht geklappt, ja. Alles klar, Micha. Es ging ja auch aufwärts mit der Einwechslung von Martin Kobielanski. Personalie, die in Fankreisen doch polarisiert. Einerseits gibt es die Fans, die sagen, der gehört in die Mannschaft, der hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Auf der anderen Seite diejenigen, die seine potenzielle Zweikampfschwäche, eventuelle Langsamkeit monieren. Warum hat er es bei dir noch nicht in die erste Mannschaft geschafft? Also er hat ja auch schon Spiele von Anfang an gemacht und nur die letzte Zeit halt nicht. Ich denke, so wie jetzt auch Brian hier, der Empfang mit Applaus, da ist ein Kobi mal drin, dann ist ein Brian Henning schon vielleicht auf der Bank, dann kriegst du gefragt, warum spielt dann Henning nicht oder spielt dann Krause nicht. Es ist ja gut, dass ich die Auswahl habe, dass man so Qualität dann auch nachlegen kann. Wir machen uns Gedanken, was am Spielbeginn für die Mannschaft, für den Erfolg am besten ist und was dann auch gut ist, was man einwechseln kann. Alles klar, dann gehen wir das Mikro gleich mal weiter an Peter. Peter, wir haben hier zwei Neuzugänge, die voll eingeschlagen sind. Eigentlich kann man ja sagen, so ziemlich alle Neuzugänge sind eingeschlagen. Mit der Transferpolitik, denke ich mal, kannst du sehr zufrieden sein, oder? Ja, von meiner Seite erst mal guten Abend. Ja, ich denke, dass wir da sehr akribisch gearbeitet haben, es versucht auch gut zu machen. Die Sache ist ziemlich komplex, um sie jetzt so im Einzelnen auch darzulegen. Aber wir haben eben darauf geachtet, dass wir die fußballerische Qualität, das, was der Trainer auch gerade gesagt hat, mit großer Konkurrenz bestücken, aber gleichzeitig eine gute Harmonie in der Mannschaft sein muss. Das ist einfach das Wichtigste. Und für mich war in dieser Saison das schönste Bild, als Brian Henning zu Martin Kubilanski hinterm Tor gelaufen ist und hat ihn im Arm genommen. Ja, dann hat man gesehen, dass die Mannschaft funktioniert, dass sie sich gegenseitig respektiert. Und ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage für einen Trainer zu arbeiten. Ich denke, man kann auch, wenn wir ein kleines erstes Fazit ziehen, mehr als ein Drittel ist vorbei der Saison, sehr zufrieden sein, oder? Ihr habt Platz 8 genannt als Mindestziel, jetzt seit der Dritter. Gibt es da was auszusetzen? Ja, ich glaube, der Trainer ist nicht ganz zufrieden und die Mannschaft auch nicht. Und ich darf natürlich auch nicht ganz zufrieden sein. Ich glaube, dass wir ganz besonders so bei zwei, drei Spielen haben wir einfach Punkte liegen lassen, die möglich waren. Vielleicht gar nicht gestern das Spiel. Ja, auch ein Heimspiel kann man mal verlieren, was aber sehr ärgerlich ist. Aber trotzdem ist es so, dass wir hier gegen Osnabrück und gegen Mannheim, glaube ich, haben wir drei Punkte liegen lassen, die uns jetzt aktuell gut tun würden. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal so ein kleines Polster schaffen könnten, wo man dann auch mal ein Spiel unentschieden spielen kann oder sogar verlieren, um trotzdem noch in einem guten Tabellenfenster zu sein. Ich habe es gesagt, du bist jetzt sozusagen im Team aktiv, was neue Spieler angeht. Heißt, dass Dennis Kruppke mit dabei ist an deiner Seite. Wie stellt sich die Arbeit, die Zusammenarbeit mit Kruppa dar? Kannst du das ein bisschen skizzieren? Ja, so, dass wir grundsätzlich eine neue Struktur innerhalb des Klubs geschaffen haben, dass wir unser NLZ neu ausgerichtet haben, auch nicht nur strukturell, sondern auch personell, was sehr wichtig für unseren Verein ist. Das haben wir dann gleichzeitig auch im Scouting-Bereich gemacht, wo dann Dennis mit federführend arbeitet. Und ich glaube, dass wir da so Defizite hatten. Dennis ist ein erfahrener Spieler, der aber da auch noch Erfahrung sammeln muss. Und ich glaube, das gilt für alle, dass wir von unten den Aufbau strukturiert aufbauen wollen. Ja, auch mit eigenen Leuten, die dazukommen, weil ich glaube, die Identifikation spielt eine große Rolle. Gefahr ist immer, und da müssen wir eben darauf aufpassen, dass wir uns nicht alle gegenseitig besudeln, wie in Werder Bremen. Dann steigt man irgendwann ab. Sondern es ist so, dass wir da sehr streng darauf achten müssen, dass wir immer einen objektiven Blick auf die Sache haben. Und die Zusammenarbeit mit Dennis ist gut. Er hängt sich da genau wie alle anderen voll rein. Und ich glaube, dass das auch konstruktiv sein wird. Und ich wünsche mir persönlich, dass wir eben nicht mehr so immer diese Umbrüche machen müssen, sondern am Ende des Tages dieser Saison nur vielleicht mal drei, vier neue Spieler benötigen, um nicht immer so das Ganze neu aufzubauen. Sondern jetzt aktuell stimmt die Harmonie. Ja, die Qualität stimmt. Und Konkurrenz ist immer gut. Die müssen wir immer dazu holen. Wir holen keine Leute für die Bank, sondern eben für die erste Elf. Und umso besser die Qualität da ist, umso besser hat der Trainer die Möglichkeit, auch letztendlich neue Spieler zu integrieren. Aber auch bei Spielen, die nicht so gut laufen, auch dann von außen wieder neu reinzubringen. Du hast das Thema Identifikation angesprochen. Und da ist ja schön als Fan auch zu sehen, es werden immer mehr Ex-Spieler auch integriert in den Verein, ins Nachwuchsleistungszentrum. Also wenn ich jetzt alle aufzähle, Kosta, Benni Kessel, Matze Henn, Karsten Hutwelker auch, der ja auch einen Trainerschein hat. Und vielleicht zukünftig auch irgendwann mal, auch Robin, weiß man ja nicht, wenn wir bei Identifikationen sind. Vielleicht kannst du ihm das Mikrofon kurz rübergeben. Ich habe dich jetzt einen der Leitlöwen mal genannt. Robin, vielleicht von dir mal erst mal ein kleines eigenes Fazit deiner Zeit hier. Was ist für dich hier bisher das Geilste gewesen? Was macht für dich Eintracht aus? Kleines Fazit. Ich bin unglaublich glücklich hier zu sein. Das muss man einfach sagen. Ich fühle mich extrem wohl. Ich glaube, alles, was ich bis jetzt gegeben habe für den Verein, kam auch wieder zurück. Gerade auch am Wochenende, dann bei der Auswechslung, wenn es dann viel Applaus gibt. Die Wertschätzung ist da. Das ist wichtig. Der Respekt ist da. Und das ist das Wichtigste im Profisport. Und ich bin selber ein bisschen überrascht, dass es auf einmal bei mir klappt, mit Tore vorbereiten und auch mal schießen. Das hat bei mir bis jetzt nicht ganz so gut geklappt, in den Stationen vorher. Ich glaube, dass es mir hier einfach unglaublich viel Spaß macht, Fußball zu spielen. Die Heimspiele sind immer Wahnsinn, was hier los ist. Es ist unfassbar. Meine Familie ist jetzt auch bei jedem Heimspiel da. Jeder, der da mit dabei ist, sagt Wahnsinn, was hier los ist für eine Stimmung. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, weil man merkt, wie viel Herzblut reinhängt. Klar, es ist dann auch immer mal ein schmaler Grat. Wenn du dann oben stehst, hast du dann wirklich mal scheiß 20 Minuten und dann kommt dann direkt mal die Pfiffe. Das ist aber das, was Eintracht dann, glaube ich, auch ausmacht. Diese Immunationalität zwischen Scheiße und Affengeil. Und ja, das ist einfach das. Ja, das ist dann das, was ich schon kennenlernen durfte und was mich auch freut, dass das genauso ist, weil irgendwo bin ich auch ein bisschen so bekloppt. Wie würdest du deine Stellung im Team beschreiben? Spürst du die große Verantwortung, die du aufgrund deiner großen Erfahrung auch hast mit dieser insgesamt doch jungen Mannschaft? Ja, was heißt die Verantwortung? Ich glaube, jeder, der auf dem Platz steht, sollte Verantwortung haben. Jeder, der für so einen Verein spielt, sollte die Verantwortung haben. Das ist klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt spüre, dass mir die Knie wackeln vor jedem Spiel und sagen, boah, jetzt muss ich wieder performen oder keine Ahnung. Ich verbinde es mit sehr, sehr viel Spaß, weil das ist das Wichtigste. Die Mannschaft hat es mir von Anfang an extrem leicht gemacht. Ich bin ja in die Mannschaft gekommen, dann stand ja die Mannschaft größtenteils schon und von Anfang an hatte ich dieses Gefühl, dass da was geht, weil wir einfach eine geile Truppe haben. Wir können uns mal unsere Meinung sagen, es kracht auch mal und dann nehmen wir uns wieder in den Arm und kuscheln ein bisschen. Also es ist einfach, es macht einfach unglaublich viel Spaß und die Verantwortung dahingehend spüre ich einfach nur den Jungs gegenüber, dem Trainerteam gegenüber, einfach jede Woche das rauszuhauen, um die Stellung, die mir der Trainer gegeben hat, die ich mir in der Mannschaft, glaube ich, trotzdem auch erarbeitet habe, auch, dass die nicht für umsonst ist. Kommen wir zu dem Wiesel. Ein Fan hier bei uns hat auch gesagt, genau, Tina hat vorhin gesagt, ich nenne ihn immer Wiesel, nämlich Brian. Ich habe gesagt, als du ausgewechselt wurdest, gab es Brian Behrends, Brian Behrends sage ich schon, Brian Tenning Sprechchöre. Was war das für ein Gefühl für dich? Jetzt so schnell, so kurz und dann wirst du schon von den Fans gefeiert. Das ist doch ein geiles Gefühl, oder? Ja, erstmal danke dafür und natürlich ist es verrückt. Also wie du schon sagst, ich bin jetzt drei Monate hier und für mich war es auch vom ersten Tag an schon mega leicht, wie Robin gesagt hat. Natürlich kommt man erstmal mit Bauchschmerzen an und weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Aber irgendwie ging das so schnell weg, auch wie gesagt in der Mannschaft, es ist eine Harmonie, wir machen viel zusammen und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon wahrgenommen, aber nicht so krass, wie es zum Schluss war, weil das waren die letzten Minuten des Spiels und da war es für mich irgendwie, die ganze Zeit habe ich mich konzentriert, dass wir vielleicht noch den Punkt holen, aber natürlich habe ich es wahrgenommen, habe auch Gänsehaut bekommen und es war ja nicht das erste Mal, ich weiß auch noch, das Spiel gegen Osnabrück, als ich zum Warmmachen geschickt wurde und die Osnabrück-Fans dann ihre Rufe da gemacht haben. Da waren die Braunschweig-Fans für mich auch da, das ist natürlich ein riesiger Moment für mich gewesen und ja, es ist einfach schön. Ja, absolut, das kann ich nachvollziehen und ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass die Osnabrück-Fans das nicht unbedingt so gerne gesehen haben, dass du da ja so groß eingeschlagen bist, jetzt auch bei der Eintracht. Warum bist du zu uns gekommen? Gott sei Dank, warum? Was sprach für Eintracht und ging in VfL? Ja, ich brauchte einfach einen Tapetenwechsel und die Gespräche mit Peter waren gut, ich hatte auch mit dem Trainer geredet und die waren auch überragend, die Gespräche, und ja, als ich den Verein gehört habe, Eintracht-Braunschweig, da hat man natürlich Bock drauf und ich durfte auch mit... Ich habe auch mit Ken Reiche zusammengespielt, die ist bestimmt auch ein Name, mit dem habe ich... Chicken! Mit dem habe ich guten Kontakt gehabt und habe mich mit dem unterhalten und ich glaube, der braucht nicht mal 10 Minuten reden, da war die Entscheidung für mich klar und ja, deswegen bin ich hierher gekommen. Kommen wir zu Micha wieder, der Geschäftsführer Sport hat gerade schon gesagt, so richtig zufrieden, seist du nicht unbedingt bisher mit dieser Saison. Er hat auch gesagt, eventuell ein paar mehr Punkte hätten sein dürfen. Ist das so? Wie bewertest du die Saison bis dato? Ja, hat er was ausgeplaudert, was wir ab und zu miteinander uns austauschen. Stimmt natürlich. Ich denke, das habe ich schon auch ein bisschen angesprochen, wegen, wir haben noch viel Kredit auf dem Glückskonto drauf. Wir sind jetzt noch nie groß bevorzugt worden, eher ein bisschen benachteiligt. Wir hatten gegen Osnabrück, gegen 60, ich glaube, die besseren Chancen vorne auch, wo wir das Tor dann nicht machen. Und das ist das, was der Peter auch gemeint hat, dass man da anstatt einem Punkt vielleicht einen Dreier geholt hätten, hätten können auch oder jetzt natürlich auch so Fehler passieren. Die müssen wir abstellen. Der Prozess ist da, das wird weitergehen und dann holen wir auch die Punkte. Ich denke aber trotzdem, man muss auch sehen, wenn ich jetzt vor zwei, drei Jahren, wo die Eintracht auch abgestiegen ist und dann auch eine neue Mannschaft ein bisschen zusammengekommen ist, wie viele Punkte da im Winter auf dem Guthabenkonto dann auch war. Da war am letzten Spieltag dann, ich glaube, gegen Cottbus, gerade mit einem Tor, das noch gezogen. Und von dem her, mit dem Wandel jetzt im Sommer, mit den Entscheidungen, was man getroffen hat, natürlich mit dem guten Charakter, mit der Qualität auch, was wir nachgeholt haben, mit der Größe des Kaders, sind wir doch seit dem HSV-Spiel in einer guten Spur drin, haben uns gut gefangen auch. Wir haben uns auch kontinuitärlich weiterentwickelt. und wichtig ist der Charakter neben dem Feld, der Charakter auf dem Feld, die Intensität, ohne dass wir auch das spielerische vernachlässigen wollen. Und wir sind jetzt erst so hoffentlich im Anlauf zu nehmen und das Ganze noch zu optimieren und da muss jeder so an den Noasen auch arbeiten und dann wird es hoffentlich noch besser. Du hast gesagt, ihr seid in einer guten Spur drin. Wohin führt diese Spur am Ende? Ja, die Spur insofern, dass wir die Fehler abstellen. Robin hat es vorhin gesagt, ich glaube, wir können uns nur selber schlagen. Wir müssen uns immer gut vorbereiten. Die Spiele gehen immer von Null los. Es ist ein Abnutzungskampf. Du musst die Widerstände bekämpfen. Das versuchen wir bei jedem Spiel, in jeder Trainingseinheit auch vorzuleben. Die Jungs setzen es überragend um und gehen auch den Weg mit. Und ja, dann müssen wir den Schwung dann auch mitnehmen, wo das dann führen kann. Wir haben ein gutes Ziel, was wir ausgegeben haben. Das wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen in zwei Jahren auch da vorne mitspielen. Wir wollen in den nächsten zwei Jahren wieder nach oben gehen. Und ja, dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, immer auf der Hochfüllung sein und uns weiterentwickeln. Und ja, dann schauen wir mal, was so alles drin ist. Dann gehen wir mal wieder zurück. Das Mikrofon. Auf jeden Fall hört sich das alles sehr, sehr gut an. Es sieht sich auch gut an, dank auch deiner Arbeit, Peter. Und ja, wir müssen es vielleicht auch ansprechen. Es gab nicht immer gute Zeiten in den letzten Jahren. Du wurdest auch öfter kritisch beäugt von den Fans. Jetzt im Moment sind natürlich alle Gott sei Dank total happy, wie es läuft. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Auch mit der Kritik, die ja sicher auch an dich herangegangen ist oder mit der du auch eventuell Probleme gehabt hast dann auch? Ja, ich meine gut, wer wird schon gern kritisiert, aber wenn man in der Verantwortung steht, dann hat man nicht nur Freunde, sondern dann hat man auch viele Kritiker. Da muss man, glaube ich, irgendwo mit klarkommen. Und ich habe da einen Weg gefunden, mit dem ich mich da gut identifizieren kann. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man von der Arbeit überzeugt ist und irgendwo jetzt immer im Team, egal in welchem Team auch immer, man ein gutes Gefühl für die Grundsituationen hat. Und es ist natürlich auch so, dass man schon mal schief fliegen kann. Ich auch. Fußball ist ein Fehlerspiel und kein Nullfehlerspiel. Und so ist das natürlich auch bei der ein oder anderen Verpflichtung auch. Aber wir haben, wie schon gesagt, jetzt uns strukturell einfach nochmal deutlich anders aufgestellt, wie das vorher der Fall war. Und wir hoffen, dass dann auch am Ende diese Stabilität und diese Kontinuität rauskommt, die wir uns natürlich alle wünschen. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Vielleicht letzte Frage, bevor ihr dann die Möglichkeit habt, an Micha nochmal Fragen zu stellen. Micha, jetzt kommt Würzburg. Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, die Rückkehr zu dem Verein, den du in die zweite Bundesliga geführt hast. Ich denke mal, es wird schon emotional dann am kommenden Montag, oder? Ja, man geht in das Stadion rein, wo man drei Jahre dann auch reingegangen ist und man hat einen schönen Aufstieg damals gehabt. Das ist natürlich schon schön in deiner ersten Trainerstation dann im dritten Jahr. Ich denke aber trotzdem, dass es viele neue Leute auch dran sind, in der Führung auch. Die nahesten Leute sind dann auch mit mir gleich gegangen, wo das dann so kurzfristig war und andere kurz später. Ein bisschen Emotionalität ist vielleicht noch da, wird so sein. Ich habe aber jetzt eine top neue Aufgabe in einem Top-Verein, in einer, ja, in einem ganz anderen Dimensionen hier mit Tradition, enormer Tradition. Ich habe am Anfang schon gesagt, in der PK, wo ich vorgestellt worden bin, ist es einfach immer geil gewesen, wenn du vorne um die Kurve fährst und es ist alles blau, gelb an der Tankstelle, du wirst mit Sachen beworfen und jetzt, ich mag jetzt auch schon, also, und wir morgen jetzt ja auch, wir sind jetzt ja auch an den Heimspielen, gehen noch immer so drei Stunden vorher, gehen wir weg, noch kurz was essen, den Plan dann durchsprechen, was wir zum Spiel haben und wir merken jetzt ja auch, wenn wir ins Stadion herfahren, dass es auch immer wieder mehr Zuschauer, mehr Fans von euch da sind und das ist schön und ich freue mich hier zu sein, wir haben hier eine Aufgabe vor uns und die Aufgabe wollen wir, wollen wir schneller rein, haben wir vorhin schon drauf eingegangen und, ja, das sind müssen drei Punkte schnellstmöglich wieder her und das versuchen wir am Montag zu holen. Applaus Ja, ich denke, ein super Schlusswort erst mal und jetzt habt ihr die Chance, Fragen zu stellen, da haben wir auch schon, ich gebe dir gleich mal das Mikrofon, die erste Frage, sag beim besten vorher noch, wer du bist und dann... Erstmal guten Abend allerseits, freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid und mein Name ist Frank Kunert und komme aus Rote Mühle. Bevor ich meine Frage stelle, nur noch eine kleine Anmerkung. Im Jahre, in der Saison 2010, 2011 haben wir auch das Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden mit 1 zu 2 verloren und am Ende der Saison sind wir aufgestiegen. Nur mal so eine kleine Bemerkung. Applaus So, dann habe ich nur noch eine Frage an Robin und an Brian. Wie geht ihr mit dem Begriff Kampfsau um? Fangen wir mal mit Robin an. Warum bei mir? Nein, das hat man ja schon öfter gehört. Ich glaube, die Art und Weise ist auch... Ich werde nie der Spieler sein, der die ganze Mannschaft austrippelt und dann mit der Hacke vorlegt, wobei das jetzt auch mal geklappt hat. Aber es ist meine Aufgabe, meine Art und Weise, Fußball zu spielen, Fußball zu leben, Fußball zu arbeiten und deswegen kann ich mich mit dem Begriff ganz gut identifizieren. Danke. Und wie sieht es Brian? Thema Kampfsau? Ja, ich habe damit auch kein Problem. Ich bin jetzt auch kein Zauberer, sondern eher ein Hacker und von daher ist es okay, dass auch mal der Begriff... Ein Wiesel! Oder ein Wiesel, dass auch mal der Begriff Kampfsau fällt. Alles klar. Gibt es eine weitere Frage von euch an unsere Gäste? Dann einmal bitte Arm hoch, dann komme ich da durch. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann... Doch, ist noch eine? Alles klar. Dann gehe ich hier mal durch. Moment. So. Okay. Bitte schön. Hallo an alle. Mein Name ist Andreas Bilz und ich wohne mitten in Braunschweig und habe eine Frage an den Trainer. Inwieweit hast du dich in Braunschweig eingelebt und fühlst du dich hier wohl? Ja, kann ich machen. Sehr gute Frage. Ich habe mich super eingelebt. Ich fühle mich wohl. Ich habe sehr viele nette Leute, Menschen kennengelernt. Auch immer wieder ein Smalltalk. Ich muss mich dann mit meiner Sprache ein bisschen ändern, dass mich auch alle verstehen. Ich habe nette Nachbarn und in der Stadt war ich mittlerweile jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Manchmal, wenn ich dann ein bisschen mehr Wald sehen möchte, weil das bei mir zu Hause dann auch öfters da ist, dann fahre ich ein bisschen weiter raus oder ein paar Kilometer weg. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ja, haben wir weitere Fragen? Dann einmal noch das Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann denke ich mal, dann machen wir jetzt erst mal eine Pause. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Nochmal großer Applaus bei Michael Schiele, Peter Vollmann, Robin Krause und Brian Henning. Wie gesagt, kurze Pause und dann kommen wir zum Legenden Talk und dann bleibt es spannend. Vielen Dank und bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. 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 Ja, das will ich dann auch gleich mal machen. Vielleicht gleich hier vorne. Du bist mir jetzt ganz nah. Wie gefällt dir der Abend bisher? Gefällt mir sehr gut. Ja, ihr macht das top. Und auch alle, die hier geladen waren, hervorragendes Gästeauswahl. Ja, gefällt mir super. Alles klar, wie beurteilst du die Situation bei unserer Eintracht aktuell? Ja, also läuft super. Die Kaderplanung hat super eingeschlagen. Und ganz ehrlich sagen, das ist eine Top-Truppe, das ist eine Top-Truppe, das macht wieder wirklich Spaß, wie du das eingangs auch gesagt hast. Es macht wirklich Spaß, die Truppe zu sehen, macht wieder Spaß, ins Stadion zu gehen. Und ich verstehe nicht, warum immer noch keine 15, 16, 17.000 Zuschauer im Stadion sind. Das will mir nicht in den Kopf. Das scheint dann irgendwo auch immer noch eine Corona-Frage zu sein. Aber ich denke, wenn das so weitergeht, dann haben wir bald auch wieder die richtig geile Stimmung, die wir kennen. Und dann auch vor 20.000 Leuten mindestens. Das wollen wir hoffen, ja. Super. Hat die Truppe auch deutlich verdient. Das denke ich auch, auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal weiter. Und wir haben die Kurven-Mutti natürlich auch hier. Christel, ja, bitte, bitte. Wort von dir. Wie geht es dir so? Wir haben sich ja jetzt auch länger leider nicht sehen können. Dank oder nicht Dank, sondern aufgrund von Corona leider. Ich bin jeden Tag im Stadion. Mir geht es gut. Und das seit 60 Jahren. Und so soll es weitergehen. Sag mal ein bisschen, was aktuell macht dir auch die Mannschaft richtig Spaß? Du hast dich ja den Trainer und so weiter jetzt auch schon kennengelernt. Ja, weil sie das erste Mal hier war und sie gingen ja zum Spielplatz. Spielplatz hätte ich beinahe gesagt. Aber es war schon richtig schön und sie haben auch gut reagiert. Und das ist eine tolle Sache. Und ich werde auch weiter jeden Tag hier stehen und beim Training zugucken. Ich denke, ein großer Applaus auch immer wieder für Christel. Ja, Oliver, dich kennen wir natürlich auch aus Fankreisen. Und du hast natürlich auch deine Meinung zur aktuellen Situation unserer Eintracht. Macht es dir auch so viel Spaß im Moment? Ja, natürlich. Sobald der Erfolg da ist, ist ja alles irgendwo in Ordnung. Allerdings ist natürlich gerade ein Drittel der Saison vorbei. Die Abstände zum Platz 16, 17 sind ja nur sieben Punkte. Das kann also auch mal wieder runtergehen, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber es wird, ja, solange das solide ist und man nach einer Niederlage dann nicht das nächste Spiel gleich wieder verliert, dann ist das schon alles in Ordnung. Wird schon. Was erwartest du am Ende? Ja, eine gute Platzierung. Und sollte es Platz 2 mindestens sein, sollte man den Aufstieg auch machen und nicht sagen, wir wollen es nicht. Alles klar. Dann wollen wir mal weiter gucken. Wer vielleicht auch noch ein paar Worte sagen möchte, gehe ich mal nach hinten weiter. Ja, frage ich dich jetzt einfach mal zur aktuellen Situation. Genau. Ja, sag mal, wie beurteilst du die aktuelle Situation? Platz 3. Hättest du das erwartet? Nee, erwartet habe ich es nicht. Und ich finde es gut, dass der Fußball attraktiv ist. Und der Erfolg kommt ja dann meistens alleine, wenn man attraktiven Fußball spielt. Also super, klasse. Ja, so soll es auf jeden Fall weitergehen, gar keine Frage. Danke erst mal. So, dann gehen wir auch mal ganz nach hinten. Ich hoffe, man sieht uns noch. Ansonsten komme ich auch gleich wieder zurück. Der Präsident ist auch da. Vielleicht Christoph Bratmann, kurzer Applaus auch für den Präsidenten. Ja, Christoph, grüß dich erst mal. Schön, dass du auch jetzt hier in die wahre Liebe gekommen bist. Vielleicht von dir auch eine kurze Einschätzung zu dem Abend und zu dem, was deine Mannschaft, unsere Eintracht bisher in dieser Saison uns zeigt. Unsere Mannschaft, würde ich sagen. Ja, also unsere Mannschaft spielt einen Fußball, der begeistert. Und das ist auch wirklich Eintracht. Also so viel auf den Platz zu bringen und da solche Leidenschaft und solche Intensität und den Kampfkreis. Und da wird auch alles verziehen. Da werden Fehler verziehen, da werden auch mal Niederlagen verziehen, wenn man sieht, dass eine Mannschaft sich zerreißt, dass eine Mannschaft alles gibt und sich absolut identifiziert. Das hat mir in der letzten Saison an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gefehlt. Das war auch schwierig in Corona-Zeiten. Aber jetzt ist das eine Truppe, die wirklich Eintracht lebt und die auch zu uns wunderbar passt. Und der Abend hier heute ist ja ein Auftakt. Wir haben gesagt, wir wollen wieder mehr Dialogformate, wir wollen Talkformate machen, wir wollen wieder mehr rausgehen. Und ich finde es super. Wir haben erstmal einen guten Moderator. Und wahre Liebe ist auch ein guter Ort dafür. Und ich hoffe, dass das heute der Auftakt für eine ganze Serie ist. Wir können viele, viele Themen rund um die Eintracht in so einem Format verarbeiten. Und heute finde ich es schon mal super, auch dass so viele da sind. Von daher, richtig gute Sache. To be continued, würde ich sagen. In diesem Sinne, euch allen viel Spaß. Vielen Dank, Christoph. So, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Verkabelung schon vorangegangen ist. Dann gehen wir mal wieder zurück, so langsam. Philipp, vielleicht von dir auch ein kurzes Wort zur aktuellen Situation unserer Mannschaft. Hättest du das erwartet, jetzt nach 14 Spieltagen so weit oben mit einer doch neuen Mannschaft insgesamt? Neuen Trainer und allem drum und dran? Auch erhofft hätte ich es immer. Aber realistisch war vor Saisonbeginn eher so das Saisonziel, unter den ersten Platz neun oder den ersten neun Plätzen zu kommen. Aber jetzt, so wie die junge Mannschaft sich schon jetzt nach einem Drittel der Saison zusammengefunden hat, kann ich nur sagen, toi, 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 weiter so. Bitte. Es sieht wirklich erfreulich aus. Ja, das sehen wir alle so. Wunderbar, dann gehen wir mal zurück. Ich denke, alle sind verkabelt. Halbzeitpause können wir beenden und können unsere Legenden begrüßen. Ich denke, jetzt ist es so weit. Und dementsprechend begrüßen wir erst einmal den Mann, der 1969 zu unserer Eintracht gekommen ist, bis 1976 hier gewesen ist, zwischendurch ein kurzes Gastspiel gehabt hat, ein kurzes Gastspiel bei Bayern München. Da hat es ihm wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen, deswegen ist er ganz, ganz schnell wieder zur Eintracht zurückgekehrt. Hinterher ging es noch in die Heimat zurück, nach Berlin, nach Amerika und dann wieder in die Region Braunschweig, in die schönste Region Deutschlands. Und hier jetzt in der wahren Liebe bei uns zu Gast, Bernd Gersdorf, herzlich willkommen. Die zweite Legende ist einer, wir haben es das Thema schon gehabt, das werden wir auch gleich noch mal thematisieren, Identifikation. Elf Jahre in einem Club, das ist unfassbar viel, heutzutage schon gar. Und er hat mit Sicherheit auch viele Angebote gehabt in dieser Zeit. Und im Endeffekt ist er der Eintracht treu geblieben zwischen 1970 und 1981, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das ist echt eine tolle Leistung, hat, war Mitglied der besten Eintracht-Mannschaft aller Zeiten. Ich glaube, das kann man ohne den Meisterspielern zu nahe treten zu wollen sagen, in den 70ern unter Branko Sebić. Und wo wir beinahe noch mal zum zweiten Mal deutscher Meister geworden wären. Herzlich willkommen bei uns auch an Dietmar Erler. Ja, als er kam im Jahr 2001, da war es nicht ganz so einfach am Anfang für ihn. Er ist auch einer der Helden 2002 unter Peter Vollmann. Wir erinnern uns noch an diesen wahnsinnig geilen Aufstieg. Thomas Pio Runeck in der letzten Sekunde schwagt die Pille bis nach Wolfenbüttel. Wir erinnern uns alle an den Kollegen Lindstedt, der da abgegangen ist wie ein Zäpfchen. Und das war ja auch wirklich unfassbar, dieser Aufstieg damals. Und er war mit dabei als Spieler. Am Anfang hat er es nicht unbedingt leicht gehabt, muss man sagen, bei den Fans. Dann gab es, glaube ich, da werden wir gleich noch mal drauf kommen, ein Spiel. Und da hat er sich dann in die Herzen der Eintracht-Fans dann doch gespielt. Wurde zum Kultspieler. Es gab auch einen Song, den alle gesungen haben. Das hört er, glaube ich, nicht so gerne. Keiner trinkt so viel wie Thorsten Sümmlich. Ja, mein Gott, ist halt so. Aber er macht eine tolle Arbeit jetzt auch mit Jugendlichen, mit Kindern. Und darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Herzlich willkommen bei uns, Thorsten Sümmlich. Ja, und zum Schluss, ich glaube, Ihnen vorzustellen, das ist ja totaler Quatsch. Ich sage jetzt einfach die Legende der Braunschweiger Jungen. Herzlich willkommen, Marc Fitzner-Pfizze. Herzlich willkommen. Dann können wir uns setzen. Ja, wir haben das Legenden-Talk jetzt genannt. Es ist natürlich schwierig, in einer guten halben Stunde, guten Dreiviertelstunde, jetzt auf jede Karriere einzugehen, von A bis Z. Das ist natürlich gar nicht möglich in dieser Zeit. Wir wollen vielleicht erst mal allgemein uns fragen. Und deswegen fangen wir mal an mit Bernd Gersdorf. Die Zeit hat sich doch ziemlich verändert. Wir haben das Thema Identifikation genannt. Dietmar Erler, elf Jahre am Stück hier bei der Eintracht. Das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Wenn Sie vergleichen die Zeit damals im Fußball, im Profifußball, mit der von heute, wie würde der Vergleich ausfallen? Was sich geändert hat, ist, dass wir älter geworden sind. Ansonsten ist die Liebe zu Eintracht Braunschweig, glaube ich, und der Geist, der hier in dieser Stadt herrscht und auch immer geherrscht hat, an sich der gleiche, muss ich sagen. Die Liga hat sich ein bisschen geändert, das wissen wir auch. Aber der Klub und das Drumherum und nochmals die Fans, hier sitzen sie zum Teil, das ist unverändert. Wir lieben einfach. Christel, wir lieben einfach. Das ist absolut in Ordnung, ja. Aber der Fußball, der Fußball, der Fußball hat sich schon geändert. Also es begann, glaube ich, also diese Verprofessionalisierung begann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wie gesagt, ich habe ja zweieinhalb Jahre in Amerika gespielt und bin wiedergekommen mit dem Wissen, dass Fußball nur dann eine große Chance hat, oder besser gesagt, der Profisport, wenn er verprofessionalisiert wird. Und dann kam das Privatfernsehen, dadurch kamen die Gelder, die Sponsorengelder. Naja, und die Clubs, die dann richtig entschieden haben, sich richtig zu strukturieren, die haben es gepackt und sind auch heute noch da, wo sie sind. Kommen wir zu Dietmar Erler. Dietmar Erler, wie gesagt, elf Jahre bei der Eintracht gewesen am Stück. Das gibt es heute wirklich kaum noch. Da wird sehr schnell dann dem Geld hinterhergelaufen in andere Clubs. Jetzt, wie ist es damals dazu gekommen? Ich denke mal, Sie hatten ja mit Sicherheit auch in diesen elf Jahren auch Angebote von anderen Vereinen, auch lukrativere Angebote. Also ich glaube, es gibt einen Satz, der dazu geführt hat, es gab noch keine Spielerberater in der Form, die nur scharf drauf sind, dich irgendwo hin zu verschachern, weil sie davon natürlich am meisten profitieren. Und wenn ich einen gehabt hätte, der zu mir gesagt hätte, du guck mal, da ist einer und da ist einer. Nein, Spaß beiseite. Es war so, dass ich als geborener Bielefelder dann zu Borussia Dortmund kam, zwei Jahre, und in diesem Verein erlebt habe, die ja eine großartige Erfolge hatten, 66 Europapokalsieger. Ich habe mit Sigi Held und Lothar Emmerich da zusammengespielt, wurde rechts außen, und die haben mir nie einen Ball gegeben. Also eine tolle Zeit, aber es war so, dass ich gelernt habe, auch in einem großen Verein einsam zu sein. Und als ich dann nach Braunschweig kam und hier abgebogen bin in der Hamburger Straße und habe einen Präsidenten, Zucker Müller, erlebt und alles, was hier vereinbart wurde, wurde aufgeschrieben, wurde erfüllt, auf den letzten Cent, auf das letzte Versprechen, da habe ich gewusst, warum ich hier in Braunschweig gerne bleiben würde. Und das sind jetzt 51 Jahre und da stehe ich immer noch zu. Und wenn ich für was kämpfe, außer für die Mannschaft und den Fußball hier, ist es diesen Standort Braunschweig, der so wunderbar ist, wie Kaiserslautern vielleicht nur vergleichbar, und den wir unbedingt wie einen richtigen Schatz hüten müssen und verbessern müssen. Da müssen wir schwer aufpassen. Ja, und das sieht in der aktuellen Situation natürlich schon wieder viel besser aus, nach dem Abstieg aus der zweiten Liga aktuell und jetzt, wie gesagt, Platz drei, mit der Hoffnung dann auch in den nächsten, wir haben es gerade gehört, anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal, dann wieder dahin zu kommen, wo wir eigentlich auch hingehören, nämlich in den Profifußball, also Profifußball haben wir, aber wie man immer so schön sagt, erste, zweite Liga ist der Profifußball, 70er Jahre. Ich habe es leider nicht erlebt, ich war noch zu klein, damals, die großen Zeiten, in den 70ern mit Branko Sebbetsch. Ich kann mich erinnern, wir sehen hier die Ecke, wo die Technik ist, das ist die berühmte Conny-Ecke, wo es die leckeren Hähnchen gab und das war damals ja auch ihr, euer Zufluchtsort, sage ich mal, nach dem Training und so weiter. Was machte die Mannschaft damals in den 70ern aus, dass ihr es im Endeffekt wirklich als Außenseiter nochmal beinahe geschafft hättet, deutscher Meister zu werden? Gut, also in den 70er Jahren war Fußball Deutschland ja eine Riesennummer. 72 Europameister, 74 Weltmeister und in der Zeit zu bestehen mit unserer Mannschaft, da gab es nur eine Chance, wir mussten zusammenhalten, wir mussten als Mannschaft auftreten und das haben wir auch irgendwo gut hingekriegt und hatten dann eben das Glück, mit diesem Branko Sebbets einen Trainer zu haben. Im Nachhinein, wir reden heute noch davon, wenn wir mit Dieter Zemski oder Bernd oder wie alle zusammensitzen, aber Phänomene zu haben, der uns auch mental so stark gemacht hat. Wir waren natürlich topfit, also gerannt sind wir wie die Blöden. Wir haben auch nicht gefragt, ich vergleiche das mit Freiburg heute, ich vergleiche das mit Mannschaften, die nur eine Chance haben, wenn sie marschieren, wenn sie fighten und nicht, wenn sie anfangen und glauben, sie könnten jetzt alles kopieren, was sie irgendwo mal in der Champions League im Fernsehen gesehen haben. Sorry, aber da ist für mich ein Kritikpunkt, dass ich glaube, dass im heutigen Fußball ganz vieles gespielt wird, was ich hätte nie gekonnt, an technischen Fertigkeiten, dass es aber auch eine ganze Menge Dinge gibt, unter der die Zielstrebigkeit auf dem Weg zum Tor leidet. Meine Frau guckt mich immer schief an, wenn ich zu Hause Fernsehen gucke und ab und zu, wenn einer mit dem Ball Richtung Gegenspieler auf 1 gegen 1 losgeht oder Richtung Tor geht, dass ich schreie, nur renn doch, marschier doch, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der jetzt ein Tor machen will. Und diese Gefühle und dieser Wille und dieser Ehrgeiz, das war unsere einzige Chance. Sorry, aber so haben wir es gelebt. Deswegen habe ich auf dem Sportplatz, habe mal mit Dennis Krupp vor ein paar Jahren bei so einer Runde gesprochen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich auf dem Sportplatz so viel gelacht und gegrinst habe, wie ich es heute sehe. Ich finde das ja toll, dass Sie grinsen und dass Sie das auch locker nehmen und das trägt bestimmt auch zu vielen Positiven bei, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, so nach dem Motto, mir macht das Spaß, hier auf dem Platz zu sein. Nee, mir hat es immer nur Freude gemacht, Spaß habe ich nachmittags in der Freizeit. Und ich wage zu sagen, diese Mischung zwischen der Lockerheit, auch dem intensiven Wollen, da ist so manches zu kurz gekommen. Aber das wäre ein längeres Thema, wenn ich es zum Beispiel auch sehe, das darf ich vielleicht noch sagen, wenn heute bei den Rollrasen und der Rasenheizung und den technischen Geräten, was ich da sehe, was an jedem Wochenende ab 20, 25 Metern in die dritte Etage geschossen wird. Da kann ich nur einen Kopf hütteln. Ja, und damals, da sind wir bei einem Spieler, da ist das nie passiert, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, Danilo Popivoda. Vielleicht sollten wir auch noch mal ein paar Worte zu unserem Popi sagen, der war ja auch damals, auch gerade in dieser ganz, ganz großen Zeit, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, dem auch zu Recht jetzt noch einmal die Ehre, auch im Tempel, der die Ehre bekommen hat. Popi hat dazu beigetragen, erheblich dazu beigetragen, nicht nur aufgrund seiner individuellen Leistung als Rechtsaußen. Er war damals sicherlich einer der besten Außen, die wir in Europa hatten. Und das hat Berti Vogt bei der EM dann auch zu spüren bekommen. Popi hat uns hier in Braunschweig und unserer Mannschaft gezeigt, wie profimäßig gespielt werden kann. Der hat im Training uns wehgetan, der hat die Gräten rausgehalten. Von dem haben wir Dinge gelernt, was wir uns dann aneignen konnten. Ich muss sagen, Branko Servitz habe ich erst mit 27 erlebt, ich hätte ihn gerne eher erlebt. Und das hat dazu beigetragen, dass so einer wie Popi zum Erfolg unserer gesamten Mannschaft beigetragen hat. Wir sind einfach frecher geworden. Braunschweig war immer brav und lieb. Und ich weiß, ich stamme aus Bielefeld. Wenn wir in der Jugend nach ins Ruhrgebiet mussten, Dortmund und Schalke, mit unseren Jugendmannschaften, na, wir haben nur um die Ohren gekriegt. Wir waren immer die braven Bielefelder. Es gab es ja eigentlich nie, Bielefeld. Aber so waren wir. Und das auch hier zu überwinden. Ich habe eben schon zur Fitze gesagt, ich wünsche mir für unsere Jugendmannschaften, die U17, die U19, ab und zu bin ich in den letzten Jahren immer mal ins Kendall gefahren und gucke zu, dass da noch ein bisschen mehr Frechheit, Geilheit und das, was ihr konntet, und was du gespielt hast, dass die Jungs das auch mitkriegen und lernen. Gut, der Trainer hat es schon gesagt, die Reife, der Reifeprozess, das steckt so dahinter. Es ist schwer, das zu vermitteln. Aber dass wir mal was, dass nicht Mannschaften hierher kommen, die Angst haben eigentlich, weil hier die tolle Kulisse der tolle Name ist und nach zehn Minuten werden die alle immer frecher, weil Eintracht nach 20 Minuten noch nicht einmal aufs Tor geschossen hat, weil hinten nur der Querpass gepflegt wird. Na gut, aber es ist jetzt ein bisschen lustig gemeint. Ja, wir haben die Legenden angesprochen, aber auch die Typen. Und dann vielleicht mal die Frage an Bernd Gerstorf über oder zu Mark Fitzner. Mark Fitzner, Legende, inzwischen Identifikation ganz groß. Geht einem da nicht das Herz auf, wenn man die Person fitze etwas wiederentdeckt, was er auch gibt, was man im heutigen Fußball gar nicht mehr so erlebt. Treue, Identifikation. Wenn Sie an so einen Spieler wie Mark Fitzner denken, was denken Sie dann? Den hätten wir eingebaut bei uns. Nein, also ich habe Ihnen das eben schon unter vier Augen hier gesagt. Ich freue mich, dass er hier zu Eintracht jetzt gekommen ist oder gestoßen ist und das auch vollberuflich macht. Das ist der richtige Weg, wenn du es vorhast, im Sport zu bleiben. Und er hat alle Voraussetzungen. Er ist ein Typ, er ist ein Kerl. Er hat bewiesen, dass er es kann und kann viel vermitteln. Und du machst deinen Weg, das ist sicher. Ja, Typen hatten wir genug. Ne, ne, nochmal eine kurze Frage an Dietmar Erler. Wir hatten auch eine andere Legende und ich muss die Frage jetzt stellen nach Paul Breitner. Paul Breitner ist hierher gekommen als großer Star, damals von Günter Mast, kann man mehr oder weniger sagen, verpflichtet von Real Madrid. Aber alle sagen oder fast alle sagen, er hat eigentlich nicht in dieser, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, Provinz Braunschweig gepasst. Wie auch immer, auch die Spieler haben, ich habe ganz viele Interviews mit Spielern von damals geführt, die gesagt haben, das hat nicht gepasst, wir hatten keinen Draht zu Paul Breitner. Bei Ihnen war das, glaube ich, immer anders, so als Ausnahme. Warum hat es mit Paul Breitner nicht geklappt? Natürlich kam er aus Madrid, er kam aus einer ganz anderen Welt und hat dann später in den Jahren bei etlichen Talkshows, die ich von ihm erlebt habe, immer gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben in einem Jahr nicht mehr gelernt als in Braunschweig. Auch er hat hier ganz andere Erfahrungen gemacht, hat daraus ganz sicherlich auch viel gelernt. Was ich mir nachträglich gewünscht hätte, wäre so eine Figur wie ein Sportdirektor, den es damals nicht gab. Vielleicht wäre er nicht alle Heilmittel gewesen, aber es gab mit Branko einen Trainer, der fußballerisch alles ganz toll gemacht hat, aber er war nicht der Koordinator in menschlichen Fragen. Und Paul hätte mit einem Sportdirektor, mit einer Führung ganz anders in die Mannschaft noch eingebaut werden müssen. Das ist in der Zeit nicht entstanden und dadurch entstanden halt immer die Lager. Wir waren schon ganz erfolgreich, 77 und haben gedacht, so schlecht sind wir gar nicht. Und dann kam Paul noch dazu. Es gab zwei Beispiele. Wir haben in Kiew dieses berühmte Spiel gehabt, wo bei 90.000 Zuschauern und Kiew damals wohl mit die besten Mannschaften in Europa, wir alle so aufgelaufen sind, haben jeden Ball zu Paul gespielt. Der hat die Bälle behauptet, der hat das geordnet und wir waren heilfroh, dass wir ihn hatten. Und aufgrund dieser Ruhe, die er ausstrahlte, haben wir dann ein 1-1 erzielt und sind ja dann auch weitergekommen. Ich glaube, am Sonnabend drauf haben wir hier gegen Düsseldorf gespielt und dann haben fast alle wieder gedacht, so jetzt will ich auch mal zeigen, dass ich ganz gut bin. Charlie Handschuh, Wolfgang Grobe, was wir alles so hatten, das waren ja tolle Fußballer. Aber es wurde auch an ihm vorbeigespielt oder es stimmte nicht und das war so schade. Und die Chance, die wir mit Paul Breitner gehabt hätten, längerfristig hier eine Fußballhochburg aufzubauen, die ist so schade, dass das nicht geklappt hat. Und das hat er immer wieder gesagt von seiner Seite und das ist also auch von unserer Seite so zu verstehen. Den Spieler wie Grobe und Dremler, die dann natürlich auch wegging hinter Paul her, die er sich holte, weil er die gut gebrauchen konnte, neben sich im Mittelfeld, das war dann leider für uns verloren und es ging ja dann auch erstmal ein bisschen bergab. Bernd Gersthoff hat dazu auch was zu sagen. Also, ich sehe das alles ein bisschen anders. Ich sage, Paul ist ein, ich brauche den Typen nicht zu erklären, den kennt jeder. Paul ist jemand, der, sagen wir mal, sehr egoman in diesem Sport vorangegangen ist, der sich nur bei Bayern München wohlgefühlt hat und der an sich, und das muss man wissen, dass die Hintergrundgeschichte hier geparkt worden ist. Er war bei Real, sollte zu Bayern München. Bayern München konnte in diesem Jahr es nicht realisieren und so ist er hier zwischengeparkt worden. Und ich glaube, dass Paul an sich nie so richtig Lust hatte, hier groß mit der Mannschaft und mit den einzelnen Typen hier klarkommen zu wollen. Er hatte immer im Kopf, wieder zu Bayern München zu gehen und das ist dann nach einem Jahr auch passiert. Also, Paul war ein Missverständnis, wenn ich das sagen darf. Einspruch. Ja, wir reden über Typen, über Spieler, die Besonderes ausstrahlen, die unangepasst sind, in irgendeiner Form auf dem Platz vorangehen, auch mal reinholzen, wie es Fitze ja auch mal gemacht hat. Aus deiner Sicht, du bist jetzt im NLZ tätig, du hast junge Spieler jetzt in deiner Mannschaft, die du jetzt auch trainierst, wie siehst du das? Sind solche Spieler aus deiner Sicht heutzutage überhaupt noch möglich im Fußball oder werdet in eurem Nachwuchsleistungszentrum beispielsweise dann doch zu viel abgenommen, um dann die Möglichkeit zu haben, dann auch sich selber zu entfalten? Wie erlebst du das jetzt in den ersten Monaten? Sind solche Typen überhaupt noch möglich heutzutage? Ja, erstmal abgesehen vom NLZ saßen hier eben gerade zwei Spieler, die auch diese Attribute, denke ich, wie ich sie auf den Platz gebracht habe, auch mitbringen. Und darüber hinaus könnt ihr auch noch richtig gut kicken übrigens. Und ja, bei mir im NLZ, ich bin jetzt erst seit kurzer Zeit Cheftrainer der U19 und habe jetzt einige Spiele gehabt und ganz ehrlich, so ein bisschen diese Wille, Leidenschaft, was dann, so ein bisschen habe ich den Jungs das auch gesagt, dass mir persönlich das ein bisschen fehlt. Aber das sind also Sachen, die man denen als Trainer, den Jungs ja auch nicht beibringen kann. Das müssen die irgendwie in sich haben. Und ja, jetzt haben wir heute erst eine Sitzung gehabt, wo es zum Thema Scouting ging und ich werde mich jetzt auf den Weg machen mit den Kollegen da und vielleicht auch solche Typen, aus denen sicherlich nicht eine ganze Mannschaft bestehen kann, aber vielleicht auch solche Typen teilweise immer wieder in die Mannschaften zu kriegen. Wie siehst du jetzt deine... Ja, einen Applaus auf jeden Fall. Wie würdest du deine ersten Monate jetzt als Trainer charakterisieren? Ich kann mich erinnern, wir kennen uns ja schon sehr lange, als du bei mir in der Sendung zuerst mal warst, das war vor über zehn Jahren, da war dann die Frage, was mache ich? Werde ich weiter in der Versicherung arbeiten, Versicherungskaufmann? Kann ich Fußballprofi überhaupt werden? Was ist das für ein Gefühl, wenn man hier jetzt reinkommt, auch im Stadion und im Endeffekt so gefeiert wird? Das ist ja unfassbar. Ja, das ist wirklich unfassbar und ich komme hier drauf und dann kommen die Fitze, Fitze-Rüfe, die ich ja des Öfteren mal gehört habe und worüber ich mich natürlich immer freue, dann ja so Identifikationsfigur, die Begriffe, das nehme ich schon wahr und macht mich auch unheimlich stolz. Ja, also praktisch stehe ich oder stand ich jetzt vor kurzem vor der gleichen Situation, wie ich vor zehn Jahren stand, als ich bei Radio Okawelle bei dir zu Gast war. Da habe ich eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und habe sogar schon gearbeitet, fest eingestellt bei der öffentlichen Versicherung und dann am Ende der Saison haben wir die Relegation zur eingleisenden dritten Liga geschafft und dann stand ich halt vor der Entscheidung, habe ich das Zeug jetzt zum Fußballprofi oder soll ich lieber den soliden Weg gehen und soll ich da bei der öffentlichen Versicherung arbeiten. Ja, ich habe mich natürlich für meine Leidenschaft entschieden und wollte mich da durchbeißen und habe es dann doch geschafft, ein paar Jahre lang Bayern-Tag zu spielen. Und jetzt war es vor kurzem wieder so, als ich aus Bremen wieder zurückgekommen bin, habe ich hier bei VW Leasing gearbeitet und hatte da auch eine gute Anstellung, einen guten Job und war parallel aber schon im letzten Jahr U19-Co-Trainer. Jetzt hatte ich in dieser Saison dann auch die Möglichkeit, im Fußball als Trainer weiterzumachen oder dann halt den soliden Weg zu wählen und dort als Sachbearbeiter bei der VW Leasing zu arbeiten. Ja, die Frage hat sich dann erledigt, als meine Mutter und meine Frau mir gestellt hat, ja, was willst du denn? Willst du da einen festen Job oder hast du mehr Lust, jungen Leuten Fußball beizubringen? Ja, und das ist eindeutig. Also es ist einfach, für mich macht es riesig Spaß, da jetzt täglich mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und über Fußball zu sprechen, von meinen Erfahrungen zu berichten. Deswegen denke ich, dass die Entscheidung, die euch jetzt gefällt, war offenbar die richtige war. Und du profitierst natürlich auch von Michael Schiele, wo du ja auch mit im Trainerstab bist. Was sind das für Erfahrungen, dann dort auch in einer neuen Position bei der Mannschaft zu sein? Ja, auch die Situation, also ich bin jetzt im zweiten Jahr nach dem Fußball und ich bin jetzt tatsächlich Co-Trainer von Michael Schiele, ich bin im Trainerteam und habe eine eigene Mannschaft in der U19. Das ist, meine Situation ist, also Wahnsinn, es ist selten, dass einer im zweiten Jahr, nachdem er mit dem Fußball aufhört, so eine auch verantwortungsvolle Rolle in einem Verein bekommt. Deswegen bin ich da auch dankbar, bin mir aber auch der Situation bewusst, dass ich da schon eine Verantwortung habe und ich werde mein Bestes geben, dass ich mich so gut wie möglich einbringen kann und vielleicht in den kommenden Jahren das eine oder andere Talent auch daran beteiligt bin, dass das eine oder andere Talent nach oben den Weg schafft. Da werden wir, glaube ich, alle von überzeugt, dass dir das auch gelingen wird. Ja, Silmar, du bist schon lange im Trainerbereich tätig, im Jugendfußball tätig, Diplomsportlehrer, betreibst eine Fußballschule, Projekte, Kurse mit Schülern, Kindern, Jugendlichen, zuvor von 2001 bis 2006 bei Eintracht gespielt, Teil der Aufstiegsmannschaft 2002 gewesen. Ich habe es gesagt, unter Peter Vollmann damals, dieser Last-Minute, ja, das Last-Minute, geile Last-Minute-Tor von Thomas Bierunek. Du warst aber auch und bist es bis heute eigentlich ein Typ. Wie beurteilst du diese Diskussion, die wir gerade schon ein bisschen hatten? Gibt es diese Typen noch? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, noch ein Typ zu bleiben in der heutigen Zeit? Ich denke schon, dass man auch heute noch ein Typ sein kann. Also, da bin ich schon fest von überzeugt. Aber ich glaube, man sieht sie seltener. Das glaube ich schon. Aber naja, das wird man nicht. Das ist man. Und auch hier in der Mannschaft, finde ich, sind jetzt Typen drin. Und die sind wichtig. Die sind wichtig für Erfolg. Die sind wichtig für Stimmung, für Harmonie in der Truppe. Und also, doch, ich finde jetzt das aktuelle Team, da sind schon ein paar Typen drin. Ich finde das ganz interessant, weil Lukas Podolski zum Beispiel hat vor kurzem mal gesagt, heutzutage wird den Spielern alles abgenommen, mehr oder weniger, also viel abgenommen. Und am Ende stehen da computergesteuerte Spieler aus dem Katalog, die nicht mehr sie selber sein können. Also, da ist ein bisschen was dran. Also, es wird alles technisiert. Und im Medienzeitalter, wo wir uns bewegen, ist das klar ein Trend. Und den muss man auch mitgehen, sonst hängt man hinterher. Ist vielleicht nicht immer gut, aber ich glaube, da kann man sich nicht rausnehmen. Funktioniert nicht mehr. Kommen wir kurz zu deiner Zeit. Ich habe es gesagt. Ich kann mich erinnern, am Anfang hattest es es wahrlich nicht leicht hier bei der Eintracht, als du begonnen hast, ein Auf und Ab. Vielleicht kannst du noch mal schildern, wie das im Endeffekt damals war und wie du dich gefühlt hast. Auch dieses Auf und Ab, das hat ja nicht jeder. Ja, also es war so, dass damals fünf Spieler aus Fortuna Köln zusammen mit Peter Vollmann hier nach Braunschwein kamen. Und ich habe dann auch die ersten Spiele alle gespielt, vielleicht nicht so glücklich. Bin dann bei einem Spiel gegen Holstein Kiel gerufen worden. Ich war Auswechselspieler oder Ergänzungsspieler und bin dann von dem Tor losgelaufen zur Trainerbank. Und auf einmal haben dann, ich schätze mal, 20.000 gefiffen. Und dann habe ich den damaligen Co-Trainer, Peter Zander, der guckt mich an und sagt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Und das war schon komisch. Und bin dann aber relativ gut ins Spiel gekommen und hatte dann, es stand glaube ich zu dem Zeitpunkt 1-0, aber das Spiel war sehr ausgeglichen und dann bekam ich, also ich habe im Mittelfeld den Stürmer, ich glaube das war Daniel Teixeira, den habe ich angespielt, habe dann Tempo aufgenommen und Daniel hat mich quasi von der Mittellinie bis zum gegnerischen Tor, bin ich allein auf den Torwart zugelaufen. Waren emotionale Sekunden und dann habe ich den Torwart ausgespielt und konnte dann das 2-0 machen. und das war so ein bisschen der Wendepunkt. Danach ging es dann schon besser und bergauf. Also kann man auch noch ein bisschen an Texas Danke sagen. Ja, aber es war krass. Du läufst 50 Meter auf den Torwart und weißt, wenn du den reinmachst, ist alles gut, aber eben, wenn nicht, dann pfeifen sie wieder. Ja, also erst kann man sagen, persona non grata, dann zum Publikumsliebling, dank dieser Szene, aber natürlich nicht nur. Das ging ja dann noch weiter. Ich habe es vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, ob du das gerne hörst, dieses Lied, was man mit dir immer in Verbindung bringt, keiner trinkt so viel wie Thorsten Sümmlich. Genauso gibt es ja auch den Bernd Buchheister, dem immer wieder eine gewisse Affinität zu Bacardi zugesprochen wird. Wie bist du im Endeffekt mit diesem Sing-Sang umgegangen? Ja, da gibt es ja auch eine Geschichte zu dem Lied. Und das war dann dieser legendäre Aufstieg 2002. Da war die komplette Mannschaft im Lindy und natürlich auch, das hat sich dann schnell rumgesprochen, zahlreiche Fans und ich auch. Und dann habe ich aber am längsten durchgehalten und war dann wirklich der Spieler, der als letztes noch da war und habe dann mit den Fans weiter gefeiert. Und dann haben wir die Saisonvorbereitung gehabt und irgendwo auf dem Dorf gespielt. Und da waren dann drei Fans, die haben dieses Lied zum ersten Mal gesungen. Und dann bin ich mit denen auch in Kontakt. Ich weiß leider nicht mehr, wer es damals war. Und da haben die gesagt, nee, weil du damals so lange ausgehalten hast, haben wir dir ein Lied gedichtet. Und ja, das wurde dann ja auch im Stadion schon mal gesungen. Dann war die ganze Südkurve und meine Eltern waren im Stadion. Und ja, das war... Das ist ohne Social Media eine Leistung, ja. Heute wäre das einfach, ne. Und so einen Ruf muss man sich hart erarbeiten, ne. Aber es war dann wirklich so, dass es im Stadion häufiger gesungen wurde. Und ich wusste gar nicht, wie soll ich damit jetzt umgehen. Finde ich das gut, finde ich das nicht gut. Und dann bin ich zu Bussi gegangen und sagte, Bussi, was soll ich machen? Soll ich dagegen vorgehen? Soll ich irgendwas machen? Oder was sagst du? Da guckt er mich an. Sag mal, bist du bescheuert? Ey, es gibt kaum einen Spieler, der ein eigenes Lied hier im Stadion hat. Lass die auf jeden Fall weiter singen. Das ist Weltklasse. Und dann habe ich das so laufen lassen. Dank Bussi. Super. Guck mal, das war 2002 und man redet heute noch drüber, ne. Ja. Man redet natürlich auch und deswegen sollten wir es auch ansprechen. Hier in der wahren Liebe gibt es, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Conny-Ecke und wo wir gerade dabei sind bei der Freizeit, bei den Freizeitaktivitäten der Spieler. Ob sie nun stimmen oder nicht, kommen wir zu Conny. Bernd Gerstorf, auch für Sie war das immer wieder auch ein Ziel, sicherlich. Und sowas fehlt heute in Braunschweig, oder? Ja, das weiß ich nicht, ob das fehlt. Also Conny war eine Institution. Sportler, wie war der Slogan, Dietmar? Sportler treffen sich beim Sportler. Und das waren ja nicht nur Fußballer und das war ja nicht nur Eintracht Braunschweig, sondern es war im Grunde genommen eine gesunde Mischung der Braunschweiger Gesellschaft, die da hingegangen ist. Und wenn man nicht wusste, was man machen sollte und Lust auf ein Bier hat, ist man da hingegangen und hat immer jemanden getroffen. Also das war schon eine Institution. Und diese Ecke, muss man wissen, ist ja original aus dem Restaurant hier eingebaut worden und soll eben praktisch ihn ehren und das hat er mehr als verdient. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, es ging da gar nicht um Bier trinken, saufen oder ähnliche Sachen. Also Thorsten, du hättest ja keine Chance gehabt. Nein, die Feiern gab es schon. Aber es war, als ich hierher kam, wurde gesagt, erste Training. Und am Montag fahr ich mal hinter uns her nach dem Training. Wir fahren da immer irgendwo hin. Und dann bin ich hinter denen hergefahren. Dann sind alle Spieler nach dem Montagtraining zu Conny gefahren. Der Trainer war nie dabei, sondern nur Heinz Patzig als Co-Trainer. Sorry, wir hatten nur einen Co-Trainer. Kannst du dir das vorstellen? Das war Heinz Patzig. Und der hat manchmal mehr gemacht als heute vielleicht vier. Aber das ist ja nicht entscheidend. Also, alle zu Conny gefahren und das Entscheidende war, da wurden Hähnchen gegessen. Wer Geburtstag hat, gab einen aus. Zwei, drei Bier wurden getrunken, natürlich. Aber es ist praktisch nie ausgeufert. Eins war ganz entscheidend. Du hast dich da, ich nenne das mal so, ausgekotzt. Da wurden also auch die Probleme, die der eine mit dem anderen hatte, angesprochen. Alle saßen zusammen, es wurde geredet. Und da blieb dann auch nicht viel unausgesprochen. Und Dienstag gab es dann hartes Konditionstraining, hast du das alles wieder ausgespitzt. Das war aber, sag ich mal, eine Einrichtung, wo du dich unterhalten hast, wo du zusammen warst. Und ich glaube, das tut heute auch noch gut. Es ist nicht so ganz unmodern. Wie man es heute machen würde und was für Möglichkeiten es gibt, gibt ja heute tausend dicke Bücher. Dass man solche Kommunikation, da geht man auf ein Seil klettern oder man fährt Boot zusammen. Und das ist heute alles wissenschaftlich belegt. Aber das gab es damals schon und da fuhr auch jeder hin. Ja, Bernd Gerstow, wollt ihr dazu auch noch was sagen? Ja, mir fällt noch was zu Bier ein. Und zwar, als ich aus Berlin kam, ich kam von Tennis Borussia. Und wie Dietmar das geschildert hat, war es bei mir auch. Ich kam über die Autobahn durch die Zone damals hier, praktisch Braunschweig-Nord runter. Und da sind ja diese wunderschönen Häuser, die auf der linken Seite, die sechsstöckigen, die drei, die da stehen. Und oben war die, praktisch war die Werbung von Wolters. Und der Torhüter hieß Horst Wolter hier. Und da sage ich, na hier bist du richtig. Hier hat der Torhüter sogar eine Brauerei. Ja, das Leben genießen, so soll es sein. Das kann man auch als Funktionär. Und damit sind wir beim Funktionär. Thorsten Sümmlich, du bist jetzt in den Aufsichtsrat der Eintracht gewählt worden. Vor ein paar Monaten ist für dich ja jetzt auch was Neues. Was sind die ersten Eindrücke in dieser Position und mit welcher Zielsetzung bist du da hineingegangen? Ja, also ich wurde dann angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, in den Aufsichtsrat mich wählen zu lassen. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass man mich fragt. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann wieder ein bisschen mitmischen. Und ich habe natürlich auch viele Spiele, sei es live im Stadion oder auch vom Fernseher, in den letzten Jahren gesehen. Und ich musste da gar nicht lange drüber nachdenken, weil man ist einmal Löwe, immer Löwe. Und dann, wenn man da mit Herzblut dabei ist und kann vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen einwirken bei gewissen Sachen, habe ich gesagt, klar, mache ich. Und das macht großen Spaß. Ich glaube, das eine ist der sportliche Erfolg, den wir gerade haben. Das ist immer wichtig und auch die Grundlage. Aber ich glaube, auch das Ganze drumherum ist gerade ganz gut aufgestellt. Und ja, ich freue mich drauf. Es ist jetzt noch nicht so lange her, aber übermorgen sitzen wir wieder zusammen und sprechen über Fußball. Und das macht großen Spaß. Und ich freue mich, dass ich da mitwirken darf. Ja, das hören wir gerne. Ja, Funktionär bei der Eintracht. Da kommen wir wieder zu Bernd Gersdorf. Wann immer ein neuer Präsident gesucht wurde, fiel auch irgendwann immer mal der Name als möglicher neuer Präsident Bernd Gersdorf in den Foren und so weiter und so fort. Ich denke mal, das wird an Ihnen auch nicht vorbeigegangen sein. Immer mal wieder wurden Sie genannt. Und ja, vielleicht die Frage, warum ist es am Ende nie dazu gekommen? War es denn auch mal ein Thema? Also es gibt an sich eine ganz einfache Erklärung. Die habe ich mit Fitze eben schon besprochen, als wir hier standen. Ich hatte in meinem Leben nach dem Fußball anstrengende Berufe und habe die auch von morgens bis abends erledigt. Und konnte mir nicht vorstellen, neben dem Beruf einen ehrenamtlichen Job in einem Verein wie Eintracht Braunschweig zu machen, weil du kannst dich zwei Herren dienen. Und das war für mich ein No-Go. Und deshalb ging das nicht. Es gab eine Absprache 2011 mit Herrn Ebel, dass ich, wenn er letztlich, er suchte jemanden, weil er zurücktreten wollte. Und wir haben zusammengesessen bei der Salzgitter AG. Wir haben über ein neues Stadion gesprochen. Wir haben, es war also sehr viel in Bewegung. Und es endete damit, dass Herr Ebel dann am Ende der Saison sagte, er macht weiter. Und damit war die Sache erledigt. Und dann habe ich auch daran nicht mehr gedacht, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Bedauert man das vielleicht auch mal? Wir wüssten ja nicht, wie es gekommen wäre. Also, was heißt bedauern? Ja, also ich glaube schon, dass jeder, der im Profifußball mehrere Stationen hinter sich hatte und eben Vollprofi war, eben in so einem Klub was einbringen kann. Da bin ich also relativ sicher. Es muss im Team stimmen, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch außerhalb, Präsidium, Aufsichtsrat. Und wenn das funktioniert, dann ist jeder, glaube ich, herzlich willkommen, der irgendeinen Part und einen Teil da reinbringen kann. Und das hätte ich mir auch zugetraut, ja. Umgeachtet von Ihrer Person ist es ja trotzdem, denke ich, auch für Sie erfreulich, dass man jetzt feststellen kann, vielleicht auch endlich, was man so hört, dass auch immer mehr Ehemalige jetzt auch integriert werden in den Verein. Ich habe es gesagt, Nachwuchsleistungszentrum, da ist ja nicht nur Fitze, da ist Benni Kessel, da ist Carsten Huthwelker und so weiter und so fort. Ich glaube, das war auch immer mal ein Kritikpunkt von euch Älteren, dass man euch zu wenig in der Vergangenheit gehört hat. Nö, das habe ich nicht so empfunden. Also wenn, das ist jetzt der neue Weg und den finde ich auch gut. Und wenn sich es beruflich machen lässt, bei dem einen oder anderen sich da einbinden zu lassen, ist das voll in Ordnung. Nur nochmals, ihr müsst ja versuchen, in die zweite Liga zu kommen und da müsst ihr auch hin, weil ansonsten macht alles keinen Sinn hier, ja. Ihr seid eben ein Zweitliga-Club mit Sicherheit und erste Liga ist ein Stück weit weg, aber ihr müsst in die zweite Liga und da müsst ihr alles für tun. Und das ist es. Dietmar Erler, wir haben uns vorhin auch kurz darüber unterhalten, da haben wir auch über die Vergangenheit, über die weitere Vergangenheit gesprochen, was dieses Thema angeht, die Integration, auch mal alte zu fragen, alte in Anführungsstrichen Löwen, das war ein bisschen wenig in der Vergangenheit. Ja, da kann man jetzt lange lamentieren. Denn es ist ja nicht das Allheilmittel, einen ehemaligen Fußballer in irgendein Amt zu heben, sonst wäre Lothar Matthäus längst jahrelang Bundestrainer. Das ist ja klar. Aber es ist schon so, dass im Laufe der Jahre, so ab 80, als ich aufgehört habe, ich glaube 20 Jahre, Bernd hat ja dann noch mit Harald Tenzer zusammen eine ganze Menge gemacht, der war ja drin, aber es wurde wirklich nicht gefragt, ob einer der ehemaligen Spieler wirklich irgendwo da noch ein bisschen Interesse hätte oder ob was gemacht werden könnte, das muss man schon sagen. Aber jetzt ist der Weg richtig, jetzt ist es so. Und ich wage zu sagen, das, was ich eben schon zu dir gesagt habe, oder was auch für dich gilt, Thorsten, wenn ihr mit Spielern sprecht, wenn ihr mit Jugendlichen sprecht, ihr habt die Ausstrahlung, ihr habt die Antwort, ihr könnt denen auch tatsächlich konkret vermitteln, was ist. Und alle anderen, die in diesem Aufsichtsrat oder auch in diesen Ämtern mitarbeiten, das sind ja tolle gestandene Leute, die freuen sich aber schon, wenn sie einen neben sich haben, der auch mal was zum Thema Fußball dann sagen kann. Und die Mischung ist also schon richtig. Dann vielleicht letzte Frage, bevor ihr dann nochmal die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen an Fitze. Du hast gerade schon erzählt, du warst wieder an diesem Wendepunkt in deinem Leben. Was machst du? Vielleicht doch wieder Versicherung oder jetzt der Trainerjob. Du hast dich für den Trainerjob entschieden, heißt jetzt volle Kanne, irgendwann mal in der Bundesliga. Also ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, ich summe die ganze Zeit das Lied, das brennt mir jetzt auf der Zunge. Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich war ja früher auch Fan und bin im Stadion. 2002, ich war dabei und es war richtig schön, muss ich sagen, der Abend. So und jetzt zu der Frage, ja ich habe mich jetzt für den Weg entschieden und bin jetzt dabei erstmal Erfahrungen zu sammeln. Also ich denke, dass es, wenn man den Weg einschlägt und damit sein Geld verdienen möchte, dann hat man irgendwann das Ziel auch, ja vielleicht mal irgendwann in der Bundesliga anzukommen. Das sind Träume, wie ich es früher auch als Fußballer hatte. Als Fußballer hat es geklappt, aber das hat halt auch seine Zeit gedauert. Deswegen freue ich mich jetzt erstmal, dass ich so einen Einstieg geschafft habe. Ich möchte Erfahrung sammeln, kann auch selbst bei den Profis jetzt ganz viel aufsaugen und ganz viel mitnehmen und das vielleicht auch ins NLZ einbringen. Und nochmal zu dem Thema, gerade mit den ganzen Ex-Spielern, die auch eingebunden werden. Also das ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt da freuen und den ganzen Tag Kaffee trinken, sondern wir versuchen da wirklich was zu bewirken und was aufzubauen und was dann hoffentlich auch bald Früchte trägt. Ja und zu meiner Person, mir fehlt ja noch ein Trainerschein, wo es jetzt einen neuen Prozess gibt irgendwie. Das ist auch sehr schwierig, da reinzukommen. Deswegen, ich habe mir jetzt keine kurzfristigen Ziele. Ich versuche jetzt erstmal, so gut es geht, Erfahrung zu sammeln und meine erste Station als U19-Trainer ordentlich zu bewältigen. Da drücken wir feste die Daumen. Und dann möchte ich mich erstmal bedanken, ganz herzlich bei Bernd Gersdorf, bei Dietmar Erler, bei Thorsten Sümmlich. Wir singen jetzt das Lied nicht alle zusammen, da haben wir jetzt auch genug drüber gesprochen. Und bei Fitze ganz herzlichen Dank an euch und großen Applaus nochmal für die vier. So und dann, wer noch eine Frage hat, der kann sich jetzt gerne nochmal melden und dann komme ich zu euch und dann könnt ihr auch nochmal eine Frage stellen. Ja, nochmal Frank Kunert aus Rote Mühle. Ich hatte vergessen, Herrn Gersdorf zu beglückwünschen. Und zwar die Saison 1973-74, wo er nur die Rückrunde gespielt hat und trotzdem Torschützenkönig geworden ist. Gratulation. Danke, ja. Ja, das ist nett zu hören. Das wissen Sie gar nicht, ne? Nein, das war vor meiner Zeit, muss ich sagen. Aber 19 Spiele, 35 Buden. So, gibt es noch Fragen von euch? Dann bitte Handzeichen. Respekt, Respekt. Ist noch eine Frage, ja? Alles klar, dann gehe ich mal durch. So. Wohin? Ganz hinten. Na, jeder Gang macht schlank. Moment. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Horst Gural und ich hätte eine Frage, was den Jugendbereich angeht. Wie schwer ist es in Braunschweig, jugendliche Spieler, also junge Leute, davon zu überzeugen, zu Eintracht Braunschweig zu gehen und nicht 25 Kilometer weiter östlich in die Volkswagen-Stadt, die ja sicherlich auch sehr gute Möglichkeiten hat und die Konkurrenz da doch ziemlich stark ist. Und wenn ich jetzt erfahre von einem ehemaligen Kollegen, den sein Enkel so mit 15 Jahren zu Borussia Mönchengladbach wechselt, denke ich, ist die Konkurrenz doch schon ganz schön groß. Deswegen wäre vielleicht mal eine Frage an Herrn Fitzner oder, ja, wie will man die Leute, die jugendlichen Leute überzeugen, um zu Eintracht Braunschweig zu kommen? Dann gebe ich das Wort gleich an Fitz so weiter. Ja, das ist eine interessante Frage. Zurzeit ist es, ja, es wurde gerade angesprochen, ein 15-Jähriger, der nach Gladbach wechselt. Man muss ehrlich sagen, gegen die Vereine, die jetzt hier direkt angrenzen, ob jetzt 60 Kilometer in eine Richtung oder 35 in die andere, die sind uns da leider noch ein paar Schritte voraus. Und wir müssen uns, ja, damit abfinden, dass wir dann vielleicht die Leute oder die Spieler da nehmen, die da ein Stück weit abfallen halt, ne, und die wir dann hier weiter ausbilden. Zusätzlich ist vielleicht, ja, Wolfsburg hat jetzt, glaube ich, bis zur U13 keine Mannschaft mehr. Wir fangen jetzt mit der U12 an und fangen jetzt an, ganz jungen Leute auszubilden halt, ne. Und wenn jetzt... Wolfsburg! Wie bitte? Wer ist Wolfsburg? Wer ist Wolfsburg? Achso, Entschuldigung, ja. Die VW-Stadt, oder wie manche auch sagen, Radkappenhausen. Aber hat, gibt es noch irgendwelche Fragen von euch an unsere Gäste heute? Dann nochmal den Arm heben. Ansonsten... Nein, das sieht nicht so aus. Ich denke mal, dann bedanken wir uns ganz herzlich, wie gesagt, nochmal bei euch Vieren, bei Ihnen Vieren ganz herzlich für den Besuch. Und dann war es das. Dann war es der erste Eintracht-Talk hier aus der wahren Liebe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, euch hier in der wahren Liebe und euch zu Hause. Und ich weiß nicht, Erik, ob du auch noch ein paar Worte sagen möchtest. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und auf ein Neues dann in ein paar Monaten hier beim Eintracht-Talk aus der wahren Liebe. Dankeschön. Der Erik kann mit Brille nicht lesen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er schon etwas älter ist. Der sei ihm jetzt gegönnt, nachdem ich ihm vorhin... Tut mir leid, dann wollte ich ja auch nicht. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Es war ganz toll, euch hier zu haben. Für mich besonders aufregend, das darf ich nochmal persönlich sagen. Herr Kerstoff, Dietmar Erler, ihr seid Idole meiner Kindheit. Und das ist immer ein tolles Gefühl, euch zu sehen. Aber bei euch natürlich auch, aber da war ich nicht mehr so klein. Danke. Ich möchte mich noch bedanken bei all denjenigen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Wir hatten schon mal einen virtuellen Fan-Talk und da habe ich mich vergessen, bei jemandem zu bedanken. Dafür habe ich mich im Nachhinein sehr geschämt. Und deswegen verzeiht es mir, dass ich hier mit einem Zettel stehe. Ich möchte nicht, dass das nochmal passiert. Ich möchte mich ganz herzlich bei Denise Schäfer und ihrem Team von der Presse bedanken, die die technische Umsetzung hier begleitet haben. Vielen Dank dafür. Bei der Firma Epic Works, die die tatsächliche operative Umsetzung hier vor Ort gemacht haben. Bei unseren Praktis aus der Orga-Abteilung, die hier geschuftet haben, um die ganzen Sessel hierher zu schaffen, das alles möglich zu machen. Die sind schon zu Hause, weil sie morgen früh wieder antreten müssen. Aber ich hoffe, ihr seid dabei, auch an euch. Vielen, vielen Dank. Und nicht zuletzt Sebastian Baruschke und dem Team von der Waren Liebe, die uns hier den Abend so schön machen und unseren Gaumen verwöhnen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Nun bleibt mir eigentlich nur noch, euch noch einen schönen Abend entweder zu Hause oder noch hier in der Waren Liebe zu wünschen. Noch eine ganz kurze Anmerkung vielleicht zum Schluss. Wir leben in einer Zeit, in der die Pandemie uns immer noch nicht verlassen hat, was wir alle gehofft hatten. Und wir erleben noch ein starkes gesellschaftliches Gegeneinander. Ich möchte alle bitten, dass wir unserem Namen gerecht werden und wir tolerant gegenüber einander sind, auch wenn es abweichende Meinungen gibt. Wir sind hier Eintracht. Ich hoffe, dass ihr alle, auch die, die im Moment nicht den Weg ins Stadion finden, zurückkommen. Wir möchten alle miteinander unsere Mannschaft weiter siegen sehen. Diese Jungs haben es verdient. Vielen Dank an euch, viel Spaß noch und Tschüss. Applaus Applaus Applaus